No, 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 no Heroes, no, 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 no Heroes. Einmal Lukas mit Perona und einmal Fran, der sich dazu entschieden hat, Moria zu spielen. Und geht first, fängt an mit Leader-Ability, Trash, dabei die gute Perona. und jetzt muss Perona, den Namen, wenn wir jetzt oft hören, in dem Match eine Handkarte trashen, weil der On-Play-Effekt von 4-Cost-Perona getriggert ist. On-Play, wenn er eine Gegner 5 oder mehr Handkarten hat, muss er eine abschmeißen oder du kannst eine generischen Karte minus 3 geben. Und der Angriff muss ja natürlich auch noch beantwortet werden und das hat Perona gemacht, in dem sie oder ja, in dem Fall ja, das Leben genommen hat. So, 4-Dons jetzt für Perona, Leader-Effekt, Rested-Perona, das werden wir jetzt ziemlich oft zu hören. Ja, der Swing geht into Leader, weil wir jetzt On-Curve sehr wahrscheinlich Ryoma sehen werden oder Yori, natürlich noch besser, mit Effekt, dann Ryoma, On-Play-Effekt, K.O.T. Perona, und zieht eine Karte und dann gibt es auch schon den Pass. Genau, die Antwort, die man braucht, um ja, gut zu starten mit dem Deck. Schauen wir mal, was Moria hier machen kann für 5-Dons. Es gibt definitiv wieder ein paar Options. Genau, das ist der ideale Play, dann mit Brand New, um zu searchen. Mal gucken, ja, da ist ein Borsalino und Moria am Trash. Ziemlich guter Mill auch durch den Brand New jetzt, weil den Moria, den, äh, willst du ja auch irgendwo einen Trash haben, weil du einen Hogback auch schon einen Trash hast, der den Moria natürlich suchen kann. Und das, denke ich mal, wird jetzt auch passieren mit den 3-Dons. Wir werden dann einen 6-Kalida-Swing sehen, dann der Leader-Effekt und dann Hogback aus dem Trash, um dann den Moria vom Trash auf die Hand zu nehmen. Außer, es kann natürlich auch sein, dass schon Morias auf der Hand sind und du den gar nicht brauchst, dann spielst du wahrscheinlich jetzt nochmal eine Perona raus. Schauen wir mal. Also, Sinjuri wird getrasht, 2 Karten werden gemillt, nochmal Hogback und eine Hina und ja, wir sehen Hogback. Wir sehen Hogbacks-Effekt der Isho geht einmal und es geht wahrscheinlich eine Perona, weil 2 wirst du nicht gebrauchen. Genau. Das wird auch passieren. Und dann nehmen wir uns einmal 8er Moria auf die Hand. Das ist natürlich extrem stark, ne? Das ist auch das, warum äh ja, ich der Meinung bin, dass Moria, aber ich glaube, das ist keine Meinungssache, das ist ein Fakt. Das ist einfach ein sehr konstantes Deck ist, deutlich konstanter als Luchi vor allem. Klar, wenn Luchi highrollt und Luchi alles sieht, dann haut er auch alles weg, aber Moria durch seinen Consistency, durch die, durch Hogback, durch Absalom, durch Perona halt einfach Karten hat, die sehr viel machen können und du zwingst halt dabei, ne? Wir sehen auch schon bei Dofi Karten, die on Attack irgendwas machen, was dir Tempo gibt oder Value ist immer sehr stark und ja, vor allem wenn es ein Leader ist und du das jeden Turn einmal machen kannst, finde ich schon sehr gut und dabei millst du auch noch zwei Karten, was du ja willst, weil das ist ja kein Geheimnis, Schwarz arbeitet mit dem Trash und das ist immer gut. So, wir haben gesehen, der Ryuma Swing mit 7 into Hogback, der Hogback ist auch weg, macht nicht so viel Sinn den zu verteidigen, dann ein Sabo, der jetzt auch sehr gut kommt, weil Moria kann gegen Sabo nichts machen, außer er hat sich dazu entschieden, den 6-Costbook zu spielen, der eine Karte trashed on Play und nicht KO'd, dann könnte man natürlich was machen, aber schauen wir mal, erstmal der Sabo-Effekt, der das Bord beschützt und zwei Karten zieht, zwei Karten trashed, gucken, für was er sich noch entscheidet, boah Salino, okay, ja, dann haben wir noch einen 5-Cost-Wing vom Leader, da bin ich mir auch sicher, dass Moria den sogar nehmen wird, um eine Handkarte mehr zu haben, die vielleicht was bringt, aber mal schauen, Perona jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, das schnellste Deck zu sein, vielleicht will er auch Highlife bleiben, aber ne, entscheidet sich dafür, das Leben zu nehmen und geht runter auf 4 Leben, Moria jetzt bei 7 Don, ist ja mit einer der besten Turns, die Moria haben kann, weil das immer bedeutet, 2-4 Kost, die man rausspielen kann, das ist auch der Grund, warum man Bord Salino in Moria spielt, weil du genau in dem Turn dann mit Bord Salino echt gute Value holen kannst, auch wenn der natürlich als 4-Cost gegen Perona nicht so viel machen kann, weil er den for free resten kann, trotzdem ist es wichtig, dass er dann quasi nur das oder die Karte als Target hat, schauen wir mal, erstmal haben wir den 6-Cost-Swing sehr wahrscheinlich in Turiyuma sogar, aber werden wir sehen, mit Leader-Effekt entscheidet sich dafür, Rebecca zu trashen, was auch gut ist, die will man auch irgendwo im Trash sehen, da ist noch eine Perona und ein Brook, boah, Rebecca Brook im Trash, da haben wir die Perona und die 4-Cost und weil er bei 5 oder mehr Handkarten ist, muss er jetzt erstmal eine trashen und der Angriff ging sehr wahrscheinlich auch in Turiyuma, so dass er jetzt noch eine weitere Handkarte verliert und ja, das wird auch passieren, da sehen wir einmal Momonosuke und die Zuru, die getrashed wurde durch die Perona und den Borsalino, so wie wir es erwartet haben, ja, das ist die Curve, die du sehen willst, ein Turn gejust, um Moria auf die Hand zu nehmen, ein Turn gejust für Perona und ein Turn gejust, um Borsa into einen weiteren 4-Cost zu spielen, genau so, wie du das mit Moria auch spielen willst, deswegen mal schauen, okay, ich will check it, bro, ich will check it. Mal. auch perona mit der perfekten curve hier ja das ist genauso wie du spielen willst für beide spieler definitiv eine perfekte curve und ich bin mir auch ziemlich sicher dass wir jetzt eine einen sehr starken turn sehen werden von moria perona das ist ja auch das gute auch glaube ich kein geheimnis spielt ice age ich weiß nicht ob der spieler ice age spielt aber würde mich wundern wenn nicht und mit ice age kannst du so viel veranstalten du kannst durch den niedereffekt einfach so viel value rausholen mit ice age zusammen weil du halt einfach einen nein kost damit resten kannst was halt wirklich 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 stark ist aber so weit sind wir ja noch gar nicht erstmal ist moria dran schauen wir mal was ja die kämpfe etwas reingesummt genau discord layout sieht man ein bisschen mehr als im layout was ihr sieht so was haben wir wir haben die üblichen swings erstmal ein free block von borsalino nicht vergessen ist natürlich ein 6 kam gegner turn deswegen auch eine super super karte die immer weibel sein wird für black decks und perona bei stopp drei oder vier handkarten wenn ich nicht falsch liege jetzt kommt aber erstmal ein 6k swing jetzt die frage natürlich weil moria wird sehr wahrscheinlich kommen was aber für ein combo play kommt weil ich habe jetzt ehrlich gesagt keine map um trash gesehen absolut meine ich hatten wir ganz am anfang gesehen sonst könnte man ein map into absalom spielen aber schauen wir mal erstmal der 6k swing der wird gecountert und okay wir swing auch mit dem mit borsalino 5 into 5 das nimmt perona das sind jetzt noch drei handkarten und ja da ist der moria den wir erwartet haben den wir auch kennen weil er sich den mit hogback gesucht hat und entscheidet sich dafür einen value turn daraus zu machen also erstmal die sind die natürlich fünf karten mild was auch nicht verkehrt ist da ist noch eine moria ist perfekt genau das hat er gebraucht genau das wollte er so haben deswegen auch hogback und sind die gespielt so dass er jetzt den moria ja sich auf die hand nehmen kann und deswegen ist das auch ein guter play weil ich glaube ich würde mal stark behaupten in dem matchup ist es halt auch so ja wer am ende die meisten high cost bodies liegen hat vor allem die besten value turns mit moria gespielt hat der wird das game auch am ende holen ich meine es ja bei schwarzen mirrors immer so aber auch für perona gilt das ja ein deck was wir jetzt nicht so häufig sehen wie vielleicht andere decks und ja das ist auf jeden fall ein guter turn so kein weiterer swing wird kommen bedeutet perona ist jetzt dran mit vier handkarten auch einem relativ sehr starken board vor allem wenn ein weiterer sabo kommt dann hast du echt eine gute defense da mit einem borsa der sowieso nicht kehrout werden kann und zwei sabos aber ich glaube der trash von perona sieht jetzt nicht so ideal aus dass man da jetzt einen richtig guten ko turn mit durch moria machen kann mit einem cost reducer und hiyori und dann hiyori effect into riuma aus der hand beziehungsweise leader effect um dann was zu resten und dann das zu spielen aber wir wissen ja nicht ob er einen riuma auf der hand hat wir haben auch schon gesehen dass ein don auf seite gelegt wurde wurde das heißt kann sehr wahrscheinlich eine zuro oder ein ice age sein ich bin mir schon fast sicher dass es ein ice age ist weil er auch beim live einmal ganz kurz getriggert hat und ja das war das war eine ice age die sehen wir jetzt die minus 5 gehen natürlich zu muria der jetzt auch natürlich gerestet wird durch den niedereffekt zwei dons bleiben über bedeutet dass er sich dazu entscheidet nicht so jetzt sind wir wieder zurück ich weiß nicht was los war sorry auf jeden fall dafür aber scheint so als wären wir wieder zurück es lag auf jeden fall nicht aber im internet zwar irgendwann kein fehler aber wir sind wieder da alles ist wieder beim alten was haben wir verpasst eigentlich nicht viel das game ist immer noch offen wir haben formulieren einen zweiten achter moria gesehen der wieder auf value ausging der brandnew hatte leider ein riff was hart ist und mit talkback kommt jetzt erst mal noch ah ne der wird gerestet durch den leader effekt so wie schnell perola das spielt das das ist wirklich relativ aggro was ich echt feier weil ja du bist auf zwei leben ich glaube der einzige tag auf dem feld der richtig schaden machen könnte ist halt moria klar und brandnew kannst du auch angreifen kostet dich halt auch wenn du richtig gut angreifen willst auch viele dons und ja wir sehen es das ist schon ziemlich 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 stark weil jetzt kommt noch ein moria borsalino und eine weitere karte musst du schon gar nicht mehr spielen einfach nur weil ja borsalino ist halt gegen schwarze decks außer wenn ein 6 kost bekommt garantiert wie ein leben weil du kannst dagegen halt nichts machen du kannst nicht gehauen du kannst ihn nicht resten du kannst ihn nur trashen und das können nur zwei karten soweit ich weiß einmal 6 kostet einmal 5 kostet zombie luffy und der zombie luffy kommt halt viel zu langsam der muss schon auf dem feld sein dass der was macht und 6 kostet kommt aber für 6 dons was heißt die bleiben nur noch 4 mal schauen moria ist ja noch auf 4 leben aber soweit ich richtig gesehen habe nur 2 handkarten deswegen gar nicht mal so viele optionen aber der lead effect kann einiges rausholen vor allem wissen wir dass auch ein moria noch existiert ein weiterer wenn er sich den mit hogback genommen hat falls nicht dann wissen wir dass einer noch im trash ist den er sich jetzt nehmen könnte hängt jetzt aber auch wieder stark davon ab inwiefern sich das lohnt er muss halt aufpassen dass der nächsten turn nicht richtig richtig viel power da kassiert erstmal der 9k swing into sabo den wird er natürlich gehen lassen dann sehen wir einen 7k swing ohne leader effekt bedeutet es wird ein moria aus der hand kommen und der 7k swing geht sehr wahrscheinlich auch into sabo perona selber ja auch nur noch bei einer handkarte was ja auch nicht wirklich gut ist wenn das jetzt ein 2k ist dann ist das natürlich perfekt und ja es ist ein 2k es ist iso das ist natürlich perfekt somit bleibt der sabo beschützt jetzt kommt ein weiterer moria und mal schauen das wird sehr wahrscheinlich wieder einen value play durch hogback und einem search den man öfters macht und ja das wird auch passieren wenn noch ein moria im trash ist kann das sogar echt gut sein dass er sich dafür entscheiden wird den zu nehmen also zuerst gibt es den brand new search top 3 für eine navy karte rest wird getrashed wir haben hell meppo schon mal ein erstes target hin hat zweites target und ein brook der ist natürlich kein target und wir entscheiden uns für hell meppo um einen counter zu bekommen was auch sinn macht und dann kommt ja noch der hogback effekt genau das bedeutet es werden zwei ist es für la bar karten oder es ist einfach nur karten zwei karten die du dann bottom decken muss um dir genau den dritten moria auf die hand zu nehmen und das ist einfach super stark dass du durch hogback eine karte hast die genau das macht ist wirklich wirklich richtig gut natürlich hat das deck keinen für la bar searcher und deswegen musst du das genauso durch hogback machen und es hat auch bis jetzt echt gut funktioniert jetzt natürlich das problem dass perona nur noch eine handkarte hat zwei leben aber dafür auch zwei blocker je nachdem was die handkarte war kommen jetzt entweder sehr sehr aggressive swings ich bin mir auch sicher dass ein moria in den rested moria rein swing wird und das sehen wir jetzt auch als erstes wir sehen den 11k swing into moria und ich kann mir nicht vorstellen dass er den verteidigt weil er weiß dass dann noch ein moria swing kommt macht glaube ich dann nicht so viel sinn den zu verteidigen wenn ich ehrlich bin aber wer weiß vielleicht entscheidet er sich dafür das dann doch zu machen schauen wir mal ne der lässt den auf jeden fall gehen das macht auch sinn meiner meinung nach 8 dons die überbleiben wäre jetzt auf jeden fall möglich dann mit perona vielleicht rein zu swing weiß ich ob das so sinn macht ja doch wahrscheinlich schon auch den brand new weg zu hauen weil bei einer handkarte greift der relativ leicht an da reicht ja schon dass du für 5k swings um den gegner zu testen aber erstmal wird natürlich der hogback gerestet bedeutet der andere moria bleibt definitiv liegen hätte ja sein können dass er irgendwie eine ice age hat den restet und dann nochmal an den rein springt was übrigens perfekt wäre aber das ist nicht der fall hogback ist weg und es bleiben noch 5 dons über 3 werden jetzt auf ja noch nicht sicher ich denke auf moria also mit sauber zu swing würde ich glaube ich jetzt nicht machen ne nicht würde ich nicht darf man gar nicht sage ich ehrlich bei einer handkarte ist das schon sehr risky auch wenn der einzige richtige gefährliche character attack halt auch nur mit der moria ist trotzdem musst du da jetzt vorsichtig sein ähm ich würde da jetzt tatsächlich okay entscheidet sich doch mit dem sauber zu swing äh ja gut der borsalino block ist halt wie in live habe ich ja eben erwähnt dagegen kann moria in der regel nichts machen deswegen hat er sich auch dazu entschieden zweimal hoch rein zu swing um eventuell das game danach zu entscheiden also war doch schon richtig weil der moria spieler hat natürlich jetzt auch nicht so viele handkarten also da sind die optionen auch jetzt nicht gigantisch wir wissen aber dass noch ein moria auf der hand ist ich bin mir aber nicht sicher ob ein borsalino in der hand ist der bringt aber sowieso nichts weil der leader den resten kann da muss jetzt eigentlich dann ein sabo kommen der wäre tatsächlich dann schon besser wobei auch der durch eine zuro oder eine ice edge zum leader effekt target wird um ihn zu resten aber schauen wir jetzt erstmal was perona da macht äh was moria da macht mit den dons so wir starten mit nah noch nicht sicher okay es sind jetzt tatsächlich auch die absoluten key turns die man hier spielen muss ähm schauen wir mal fängt erstmal an mit einem das ist ein 6k swing müsste ein 6k swing sein ne handkarten bei moria sind 5 wir sehen einen oh wir sehen einen oh das war ein 10k swing into moria und der wurde tatsächlich mit der karte die auf der hand war gecountert das war eine 2k zuro was perfekt kommt weil dadurch die morias auf jeden fall liegen bleiben und da wir ja wissen dass blocker überhaupt also 4kost blocker gar nichts bringen gegen äh gegen das deck ähm ja bedeutet das auch dass man jetzt tatsächlich versuchen wird auf game zu gehen als perona und äh das bedeutet automatisch für für moria dass es jetzt sinn macht sich den 2k zu nehmen und genau das passiert auch um da safe zu sein relativ viele handkarten deswegen wird das gar nicht so leicht ich meine okay man hat auch 2 for free 9k swings ohne don investment ähm das sind auch tatsächlich die swings die ich jetzt einfach reinsetzen würde ich würde jetzt damit anfangen ohne da dons zu investieren und dann zu gucken wie man die dons investiert für borsalino und perona wäre ja rein recht nicht gesehen 2x10 was man machen kann man kann aber auch erstmal mit perona 9 swing dann mit borsalino 9 um den gegner zu testen und dann 2x10 mit moria würde ja auch gehen aber ist ja in der regel genau dasselbe macht gar keinen unterschied ich weiß nicht ob es irgendeinen trigger gibt vielleicht gibt man ja doch irgendwas was den borsalino schießen kann wir schauen mal erster attack 9k muss er nehmen das ist schon mal kein gutes zeichen weil er ja jetzt noch mehr spielraum gibt um höher zu swingen jetzt schon höher zu swingen was glaube ich auch passieren wird mal schauen ob es erst mit moria ist oder dann doch mit einer mit einem 5k base leader oder character den er ja noch da liegen hat ziemlich spannendes match und ich mag das matchup auch irgendwie zuzuschauen und zu kommentieren hatten wir gestern auch und hat echt spaß gemacht weil das einfach super ausgieglichen ist aber wir sehen tatsächlich noch einen 9k swing das bedeutet ja den muss er jetzt verteidigen logisch und wenn er den verteidigt kostet ihn das definitiv drei handkarten und das wird jetzt auch passieren wir haben 7k wir haben eine perona denke ich mal die er noch abschmeißen wird ne helmepo und perona genau das sind auch die handkarten die wir tatsächlich kannten außer bei der zu da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher ob er sich die jetzt auch durch brandung genommen hat jetzt haben wir aber noch ein paar handkarten über und halt alle 10 dons deswegen denke ich dass jetzt auch einfach die richtige rechnung wäre entweder 9,11 was gehen würde oder 2x10 ähm ja was ist in der regel richtig ich glaube ja es ist 9 ja ich würde auch glaube ich 9 reingehen ja mal schauen wenn er das counter kann dann ist hier gg und er kann es counter wir haben tatsächlich und es ja es wäre ich lass da bin ich jetzt mal gespannt wenn er 2x10 macht ob das reicht eine handkarte wenn das ein brick ist und sein zweites slave ist ein brick dann hätte das gereicht mal schauen ja das ist gg hat gescoopt ähm aber wir sehen es hat gereicht am ende Moria konnte das alles verteidigen Wahnsinn richtig richtig stark dass er das noch verteidigen konnte aber genau das meine ich du kannst dir halt allein durch den value play Moria into hogback into brand new zwei 2x nehmen dafür brauchst du eine spannere backer die in dem matchup sowieso nicht so viel bringt dann doch lieber safe die zwei 2x nehmen ähm wenn du mit brand new auch ein hitest natürlich klar deswegen sehr stark gespielt war ein super match auf jeden fall was das angeht findest du Vielen Dank.